Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder einen ganz tollen Autorin bei mir. Und zwar ist das der Björn Bermann. Björn, magst du dich vorstellen? Vielen, vielen Dank. Ja, ich bin Björn Bermann, ich komme aus Hamburg und schreibe hier so ein bisschen vor mich hin. Ich habe mit einer Krimi-Komödie angefangen und bin jetzt gerade dabei, ins Jugendbuch-Genre-Fantasy-Bereich reinzugehen. Genau, da bin ich bei einer Trilogie dabei. Und der erste Teil ist raus und der zweite Teil kommt jetzt, denke ich, irgendwann jetzt so im Mai oder Juni raus. Kann man das sehen jetzt so? Ja, sieht man. Das sieht ja schön aus, richtig toll. Und worum geht es in diesem Buch? Erstmal möchte ich noch ganz kurz, weil darüber bin ich besonders stolz. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da hat die kleine Tabea Stracke, die das Cover gemacht hat, eine gefakte, Skyline von Hamburg gemacht. Hier ist die Elbphilharmonie. Cool. Das, also da war ich echt sehr, sehr begeistert. Genau, worum geht es? Es geht um die 15-jährige Mitra, die hat vor zwei Jahren ihre Mutter verloren, hat jetzt ihren Schulabschluss in der Tasche und versucht da, ihren Leben auf die Reihe zu bekommen und sagt, gut, geh mal dahin, wo meine Mutter war, wo sie groß geworden ist, was da so geht. Sie hat nämlich auf der Beerdigung auch ihre Großmutter und Tante kennengelernt. Die kannte sie vorher gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt existieren. Und genau, dann schon auf der Fahrt nach Hamburg muss sie feststellen, dass sie wohl irgendwie magische Wesen sehen kann, mal mehr feststellen müssen, dass sie Teil einer magischen Welt ist. Findet sie am Anfang nicht ganz so lustig. Muss sie sich erst auch irgendwie ein bisschen dran gewöhnen. Sie ist natürlich auch noch innerhalb dieser magischen Welt eine ganz besondere Persönlichkeit, nämlich die Naturverbundene. Aber damit kommt sie irgendwann dann auch relativ gut klar. Er hat auch eine Freundin wie Eggy, die ein bisschen durchgeknallt ist und ihr das total gut findet und sie da auch total gut unterstützt. Die beiden erfinden dann so einiges heraus über ihre Vergangenheit und natürlich auch, wie sie diese Welt retten kann. Ja, das klingt cool, ja. Und wie kommt man jetzt von Kriminalgeschichten auf so eine kleine, tolle Geschichte? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das sind immer ganz viele verschiedene Dinge. Ich bin jetzt auch gerade in so einem merkwürdigen Schreibprozess. Im dritten Teil, den ich gerade ein bisschen angefangen habe, dann kam noch so eine Kindergeschichte, schräg reingerutscht, die ich eben ein bisschen angefangen habe zu schreiben. Und jetzt war noch eine dritte Geschichte, die ich noch ein bisschen angefangen habe. Also manchmal überschlägt sich vieles. Eigentlich hatte ich am Anfang nur die Idee, irgendwas über Hamburg zu schreiben, weil ich die Stadt einfach auch total schön finde. Und dieses Kaufmännische, dass es immer nur um das Kaufmännische geht, finde ich irgendwie so, das wird dieser Sache nicht gerecht. Und ich war dann in einer Ausstellung und da ging es um die Hammerburg. Also da denken die Leute, da ist Hamburg entstanden. Aber die Leute wissen gar nicht ganz genau, wann, wieso und weshalb. Also da gibt es viele Theorien. Das fand ich spannend. Und da habe ich dann so ein bisschen angesetzt in der Geschichte. Und dann irgendwann Stück für Stück kam Mitra da mit rein. Die war früher zwölf. Dann hat das für mich nicht so funktioniert. Dann war sie mal 25. Und dann haben Lektoren zu mir gesagt, irgendwie, sie wirkt ein bisschen pubertär. Und dann meinte ich so, ach so, ja, das sieht gleich aus, dass sie mal jünger war. Naja, und dann, genau. Ja, so fast ist besser, ja. Ja, und wann hast du angefangen mit dem Schreiben? Wann hattest du die Idee zu schreiben? Es fing an mit peinlichen Gedichten. Wie viele, ja. Gott, das ist so lange nicht gewesen. Das war dann in der Schule, ich glaube, das muss dann so die 8. und 9. Klasse gewesen sein. Da war ich dann auch in der Schülerzeitung mit drin. Und habe da so eine kleine Geschichte mit dazu verfasst. Da fing es so ein bisschen an. Dann hat es sehr lange Zeit geruht. Und dann habe ich tatsächlich zweimal Drehbuch studiert. Ich frage mich, warum. Also ich weiß überhaupt nicht. Ich habe es einfach gemacht, weil ich es irgendwie interessant und witzig fand. Du hast wahrscheinlich Lust drauf gehabt hier. Ja. Ja, cool. Und wer hat dich so inspiriert zum Schreiben? Hast du irgendwie so einen Schriftsteller, der dir immer sehr gut gefallen hat? Oh, da gibt es viele. Ich finde Philipp Pullman total toll. Ich finde, ich kann ihn nicht aussprechen, Eoin Käufer, Koffer, ach, keine Ahnung. Den finde ich ganz großartig. Kerstin Gier, Cornelia Funke. Ja, da komme ich schon in die Richtung, was du jetzt schreibst. Ja, genau. Und mit was für einem Programm schreibst du eigentlich? Ich schreibe tatsächlich noch mit Word. Ja, ich weiß gar nicht, das ist bei vielen so negativ behaftet. Und ist das irgendwie, also ich weiß nicht, ist Papyrus jetzt zum Beispiel so ein großes Programm, was man super nutzen kann? Oder? Ich glaube schon. Das hat ja auch mein Vorredner ein bisschen angetreten. Und ich glaube, daran liegt es dann auch, wenn man tatsächlich, ich glaube, wer hat das auch Architekt und Gärtner? Genau. Ich glaube, wenn man so ein Architekt ist, dann ist Papyrus genial. Also, weil man kann ja tatsächlich immer, nebenbei hat man die Charakteren, man kann auch da was einbauen. Ich bin tatsächlich, wie er sich jetzt ausgedrückt hat, ein Gärtner. Das nervt mich selber, aber ich bin zu ungeduldig dafür. Ich kann das vorher nicht aufbauen. Das kommt alles während des Schreibprozesses. Mir würde dieses Programm, mir bringt das nichts. Das ist so. Ja, man muss halt, also jeder das, was er am besten arbeiten kann. Ja, genau. Und wie war das so, als du das erste Mal irgendwas rausgebracht hast? Und da sagen wir mal so, du hast angefangen zu schreiben, hast du schon erzählt mit den Gedichten und so. Und als das erste Feedback kam, wie fühlt sich das an? Sehr surreal. Weil am Anfang hatte man, also ich hatte so ein, zwei Freunde, denen ich das geschickt hatte und da kam einfach eine Rückmeldung zurück und man dachte sich so, ja, Redmann ist schon ein Partner. Toll, dass du das gut findest. Also man glaubt es ja nicht so richtig. Und dann schickt man es raus und dann melden sich plötzlich irgendwie Menschen, die man ja überhaupt nicht kennt und schreiben da irgendwas zu. Und ja, manchmal kommen dann auch so Punkte, die man am Anfang erstmal noch irgendwie einordnen muss. Also wo man selber gar nicht dran gedacht hat. Und dann denkt man so, wieso schreiben Sie das denn? Das stimmt doch überhaupt nicht. Und dann muss man erstmal wieder selber ein bisschen gucken und denken, ach so, ja, das ist natürlich auch ein anderes Gehirn, das das gerade gelesen hat, nicht meins. Ja. Die haben das anders gelesen. Da wird man dann auch ein bisschen, also hellhörig und da merkt man auch einfach, wie wichtig diese Rückmeldung und diese Kritik einfach ist. Auf jeden Fall, ja. Und dann kann man sich verbessern, einfach, ja. Ja, und hast du dann so ein Umfeld gehabt, die dich immer gestärkt haben oder waren die eher so negativ, als du angefangen hast zu schreiben? Es waren einige, die grundsätzlich ein bisschen verwirrt waren, davon, was da gerade passiert, die das so ganz interessant und witzig fanden, aber erstmal so ein bisschen verwirrend und dann die Leute, die das einfach cool fanden. Und wenn man das jetzt so Leuten so erzählt, ja, ich bin übrigens auch, also ich schreibe auch, ich habe auch was rausgebracht, dann kommt immer so, wow, was, echt, so diszipliniert wäre ich gar nicht. Ich meine, das ist immer so ein merkwürdiges Kompliment, was ich gar nicht so ganz annehmen kann, weil für mich ist das was Natürliches irgendwie zu schreiben. Für mich ist das nichts, was ich mir für brauche, weil, um ehrlich zu sein, dann wird das nie was werden. Ja, klar. Du hast das Buch jetzt draußen und wie fängst du jetzt an, das Buch zu vermarkten? Ja, und an dem Punkt bin ich auch rad. Das habe ich mir gedacht, ja. Ich habe das erste Buch, das habe ich bei Amazon rausgebracht. Wie viele, ja, anders geht es ja fast. Gar nicht, ja. Ja, genau. Und habe dann aber auch, stell ich festgestellt, auch bei Lesungen, dass dann Rückmeldungen kamen, ich würde dein Buch ja kaufen, aber es ist bei Amazon und ich möchte Amazon nicht unterstützen. Und man dachte so, okay, gut, dann wird es schwierig. Und dann habe ich mir an sich auch gedacht, gut, dieses Buch kann man dann ja auch tatsächlich nur bei Amazon kaufen. Und das fand ich dann irgendwie auch ein bisschen blöd und habe dann mich so ein bisschen umgeguckt. Ach ja, und bei Amazon habe ich tatsächlich auch kaum Werbung sonst gemacht. Natürlich meine Facebook-Seite und so und Lesungen versucht heranzuziehen. Sonst habe ich mich das nicht rausgehalten. Ach ja, Lovely Books. Auch ganz wichtig, ja. Ja. Und dann, genau, dann kam Tradition, das ist der Verlag von Mitra jetzt, ins Spiel. Und ich habe mir vorher überlegt, so kann das nicht weitergehen. Und habe dann mir überlegt, dass ich mit so einer Agentur auch ein bisschen zusammenarbeite. Und die hat dann ganz schnell gesagt, gut, du hast ein Jugendbuch, da funktioniert das nur mit Bloggern. Und wir müssen da jetzt irgendwas machen. Und genau, da haben die ganz viele Blogger da irgendwie herangeholt und einige haben auch geantwortet. Und mit denen, ja, teilweise bin ich mit denen jetzt noch in Kontakt. Das ist natürlich für das Spiel. Da sind wir jetzt auch ein bisschen am Überlegen mit einigen, wie wir die Strategie jetzt fahren und was interessant sein könnte für die Leser und wie man da irgendwas anbringen kann. Also so versuche ich das langsam ein bisschen so aufzubauen. Ich fand es auch total toll, was die Sandy da noch gesagt hatte, dass sie mit ihren Lesern so eine Fortsetzung so mal anschreibt. Geile Idee. Ich weiß nicht, ob ich dazu könnte, aber es ist eine geile Idee. Genau, also so mit Bloggern und mit anderen Autoren sich zusammenschließen, um dann vielleicht... Wichtig, ja, richtig. Genau, und Instagram ist ja auch mal wieder eine lustige Nummer. Also, ich finde, Instagram ist so positiv. Ich weiß nicht, wo ich das sehe. Ja. Ist schon sehr wichtig, ja. Also man trifft dich auf Instagram, auf Facebook. Genau. Und wenn man eventuell mal irgendwie eine kleine Widmung haben möchte, kann man dich da anschreiben oder wie hältst du das? Klar, das ist überhaupt kein Problem. Also, dann würden wir das irgendwie hinbekommen. Also, ein, zwei Bücher habe ich noch da. Oder wenn keins mehr da sein sollte, dann würde ich mir das Buch als mir holen. oder, ach, da wird sie schon Weg finden, aber das kriegen wir hin, ja. Ja, die 16-jährige Mitra plant einen Neuentfang in Hamburg. Sie hat vor zweieinhalb Jahren ihre Mutter verloren. Sie wohnt derzeit mit ihrem Vater noch in einem kleinen Dorf in Niedersachsen und war damals so wütend und traurig, dass sie sämtliche soziale Kontakte von sich gestoßen hat. Sie ist also völlig isoliert und hat auf der Beerdigung nun ihre Großmutter und ihre Tante kennengelernt. Und das wirft viele Fragen auf, auch für Mitra. Und Großmutter und Tante wohnen in Hamburg. Deswegen perfekter Neuentfang für sie in Hamburg. Neue Ausbildung, Vergangenheit über ihre Mutter kennenlernen. Los geht's. Schon auf der Fahrt nach Hamburg muss sie feststellen, dass sie Wesen wahrnimmt, die da eigentlich nicht sein dürfen. Ihre Großmutter und ihre Tante erzählen ihr dann, dass sie Teil eines magischen Volkes ist und dass es insgesamt vier magische Völker gibt. Sie mit den anderen magischen Völkern keinen Kontakt aufnehmen können, aber Mitra als Naturverbundene kann das. Sie kann mit den anderen Völkern kommunizieren. Und das ist jetzt gerade auch sehr wichtig, denn die magische Barriere, die damals aufgebaut worden ist in Hamburg, die droht zu bröckeln. Die gesamte Magie, die dahinter verborgen ist, kommt in unsere Welt zurück. Und das kann nur Mitra wieder aufhalten. Mitra wird in diesem ersten Teil erweckt. Darum geht es eigentlich in Mitra Magisches Erbe auch, dass sie ihre magischen Fähigkeiten entdeckt und dass sie lernt, damit umzugehen. Sie ist Teil des Feuervolkes. Der erste magische Ausbruch, den sie erleidet, ist dann tatsächlich auch ein Feuerball, der aus ihrer Hand ihr entgeleitet. Im zweiten Teil wird sie allerdings noch wesentlich mehr Fähigkeiten erhalten und auch die erkunden müssen. Also da kann man noch mal gespannt sein. Als du angefangen hast, die Idee zu basteln für Mitra, wie hast du da überhaupt angefangen? Wie ist diese Geschichte überhaupt entstanden? Genau, ich hatte diese Vorgeschichte und habe mir dann ganz viel, als ich in einem Museum war, schon aufgeschrieben, was Fakt ist oder zumindest dort hat aufgeschrieben worden ist, als mögliche Idee. Und um da irgendwie so einen Drive reinzubekommen, da war dann irgend so eine Familie, ich glaube, die hieß nicht ganz genau Billunger, also so heißen die Tante und die Großmutter mit Nachnamen, die mehr oder minder als die Gründereltern da ein bisschen gelten. Stand das erst mal so und ich wusste aber nicht ganz mal, was ich damit machen sollte. Ich war dann in so ein, zwei Kinofilmen und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man dann so abends im Kinofilm war, das war so ein Fantasy-Epos und die ganzen Biller und ja, das ganze Ethos, der da auch einprasselt, das ist ja schon ganz schön krass. Und dann war ich dann so auf meinem Hausweg, da ist es dann auch so ein bisschen dunkler, man geht so ein bisschen durch so eine Gartenlandschaft. Ich war sehr erfüllt von diesem Film und dann hatte ich irgendwie noch so einen Schatten gesehen, der da irgendwie von links nach rechts gewuschelt ist. Kam es dann irgendwie so, dass es doch irgendwie cool wäre, wenn es irgendwie so ein Volk gäbe, so ein Schattenvolk irgendwie. Dann war das drin und ich hatte relativ schnell das Feuervolk mit drin und dann habe ich mir gedacht, gut, das hört sich ein bisschen dann noch an, als ob wir Elemente drin haben, als ob das irgendwas Wichtiges wäre. Dann müssen die anderen beiden ja auch noch dran vorkommen. Dann wurden die noch irgendwie damit zugeholt und dann, gut, also Mitra kann jetzt nicht außerhalb von dieser ganzen Welt sein, das wäre ja schwachsinnig, also muss sie einem Volk zugehörig sein. Welche könnten das sein? Und so entstand das alles so ein bisschen tatsächlich. Es war, ich habe einfach eine Geschichte für diese Grundgeschichte gesucht und dann kam die irgendwann auf mich zu, so ein bisschen tatsächlich. Und wenn du dir jetzt solche Inspirationen holst, sagen wir mal, das passiert ja einfach, man nimmt sich ja nicht vor, ich gehe jetzt im Park und hole mir Inspiration, sondern man nimmt ja halt irgendwie sowas auf. Hast du dann irgendwie so ein Diktiergerät oder hältst du das schriftlich fest oder machst du es gar nicht und hältst du es nur kopffest? Ich habe es am Anfang mal versucht mit so einem Diktiergerät. Es hat nicht so gut funktioniert, weil ich dann auch meistens keine Lust mehr hatte, das nochmal abzuhören. Und was ganz gut funktioniert, ist tatsächlich, wenn ich dann unterwegs bin und ich so eine Idee habe, dass ich die dann durchspiele. Also ich halte sie dann dadurch fest, dass ich mit ihr schon ein bisschen arbeite und dadurch sich das alles ein bisschen verfestigt. Und wenn ich dann zu Hause bin, schreibe ich das nieder und dann kommt meistens noch so ein anderer Gedanke noch dazu und dann steht so etwas Kleines, steht dann zumindest schon mal, womit ich dann später noch mal was anfangen kann. Also so läuft das. Und Testleser ist mir jetzt ganz eingefallen. Kommen die zu dir oder suchst du die Testleser oder gehst du da irgendwo zu Facebook in irgendwelchen Gruppen und suchst dir dann welche? Also sie sind ja schon wichtig, dass man sich auch Feedback holt, auf jeden Fall. Genau. Ich wollte es eigentlich dieses Mal auf jeden Fall so machen, weil ich beim letzten Mal habe ich nur ein Lektorat gemacht oder nur. Also ein Lektorat machen lassen und ein Korktorat. Aber ja, ich war, ich habe das von so einer Firma machen lassen. Ich war da so ein bisschen enttäuscht am Ende des Tages und dachte so gut, okay, so eine unverfälschte Meinung von engagierten Menschen kann ja erstmal nicht schaden und dann muss er erst ins Lektorat zu bringen. Aber irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Ich habe es bei Facebook versucht. Und es haben sich dann vor allem Menschen gemeldet, die lektorieren wollten. und so weit war ich ja noch gar nicht. Aber Tess, die haben sich ja auch nicht wirklich gemeldet. Tatsächlich, Mitra wäre beinahe verlegt worden. Aber das Gute ist tatsächlich, dass ich noch Kontakt habe mit der Lektorin von der Verlag. Und die hatte mir jetzt angeboten, den zweiten Teil in Angriff zu nehmen. Genau. Und wenn alles gut läuft, sitzt sie gerade vor meinem Manuskript und hat sie einen Rotstift in der Hand. Schön, ja. Dann geht es ja bald los mit dem zweiten Teil. Da freue ich mich. Damit danke ich mich, dass du dir Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Und ich freue mich schon riesig auf dein neues Buch. Und dann bist du natürlich wieder recht herzlich eingeladen, um dieses hier auch mal ein bisschen vorzustellen. Und ja, und wir sehen uns natürlich dann im nächsten Video. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like oder lass mir auch gleich ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao von mir. Tschüss.